also das war echt nicht schön ich hasse technik ich mache gleich aber und so an keine sorge aber wirklich zum kotzen ich hasse alles an technik heutzutage ich musste mich erster wieder durch den reinsten technik schon wieder kämpfen das ist nicht schön wirklich das ist aber wenigstens funktioniert das wirklich es ist halt ein pain in the ass hat jetzt länger gedauert als ich mir jemals aber hätte denken können wirklich das war einfach unnötig wie lange das jetzt gedauert hat like for real it's not great so und jetzt bitte du siehst einfach so wie es sein sollte ja sie wollte ich echt nicht vorstellen was ich wieder hier alles machen muss damit der scheiß funktioniert ich hasse technik vor allem pc wirklich erstmal hatte ich den spaß damit gerade wieder meine grafikkarte wieder gleich eine rein zu hauen weil irgendwie streamless obs und meine grafikkarte sich nicht gerne vertragen woran das genau liegt ist eine andere frage die ich mir jeden tag stelle gefühlt aber nun wie dem auch sei jetzt hoffe ich dass es nicht so krass lädt als doch dann will ich mich erhängen schauen noch ein paar dinge nach bevor wir weitermachen wirklich also die leute die sich überlegen pc zu holen rechnet damit dass es vielleicht das ein oder andere problem geben könnte probleme wo man sein ganzes leben hinterfragt wo man sich denkt wieso mache ich das überhaupt aber gut das ist jetzt egal ich mache noch ein paar dinge und ich glaube wir können auch langsam weitermachen entschuldigt für diese ganzen komplikationen die hier waren wirklich wirklich es sei aber technik technik ist nicht schön technik tut einem weh jedenfalls Prozent nicht füße schon das ist ein psychisch also es tut im kopf wie und man regt sich unnötig auf das auch jetzt war wieder alles gut und ich hoffe es funktioniert auch alles so wie es sein sollte wenn nicht dann kriege ich wieder unnötige aggressionen die sowieso schon jetzt habe einfach weil technik ein wunder der welt ist unser so ein großes wunder dass ich mittlerweile manchmal wirklich hinterfrage warum ich das alles hier mache aber ja genug ich sollte mich lieber ein bisschen abregen und mich nicht weiter aufregen sondern einfach darüber glücklich sein dass es hoffentlich jetzt so funktioniert oh ne wirklich pc dinge sind keine toll ist nicht schön wirklich pc ne 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 wirklich dafür muss ich jetzt den stream gerade eben abbrechen aber gut jetzt habe ich ja wenigstens eine neue art und weiß wie ich immer mein problem fixen kann falls es jemals nochmal erscheint aber mal sehen ja gut vergessen wir das einfach mal was jetzt gerade eben passiert ist oder zumindest versuche ich es das ist so eine sache und wir fahren fort mit nio gegen ashikaka yoshiteru das auch müssen musik übrigens an machen das habe ich vergessen nicht das sondern das hier so nachdem ich ein bisschen jetzt mich abgeregt habe indem ich einfach die ganze zeit sage wie scheiße Technik ist ähm ja ok nun es tut mir leid dass es doch länger gedauert hat als gedacht eigentlich sollte es ein paar minuten oder ein paar sekunden sein aber anscheinend musste ich hier fast wieder eine ganze Baustelle aufreißen naja sagen wir es einfach so seien wir einfach glücklich dass es funktioniert nämlich das ist das was zählt lasst gut es ja es 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 ja es es Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Deswegen entschuldige ich für die etwas große Stelle von meiner Seite aus. Das passiert immer, wenn ich abgelenkt werde. Oder mich von etwas ablenken lasse, was passiert ist oder sonst irgendwas. So, jedenfalls einfacher Kampf übrigens. Aber weil die Doppelschwerter vor allem wegen dem Move relativ broken sind. Also jedenfalls gegen Joshi Teru. Das war's für heute. Und das war's noch nicht. Weil der Typ hält mehr aus, als ich jemals gedacht habe in meinem Leben. Okay. Nee, ich will ihn ohne Heilung machen. Ich will ihn gerne ohne Heilung machen. Oder jedenfalls diesen Versuch noch ohne Heilung. Da fühle ich mich wenigstens befriedigt. Stimmt, was ich vergessen habe. Das hier. Das hier. Das ist wichtig. Moment. Das hier. Ich muss das in meinem Auge behalten. Aber guck. Nach dem PC-Neustart funktioniert's doch. Oh. Wirklich. Ich hasse PCs manchmal. Wirklich. Ich hasse PCs manchmal. Leider sind die so kompliziert manchmal. Manchmal wünsche ich, dass diese nicht existieren würden. Manchmal denke ich mir so. Eigentlich ist es nicht so schlecht, dass sie existieren. Wirklich. 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 Der dritter ist. Der dritter ist. verliere. Das hört sich nach einer Aussage an, die sich vielleicht nicht für den einen oder anderen gesund anhört, aber wenn ich den PC verliere, verliere ich auch einen Großteil von dem Sinn, was ich eigentlich mache im Leben. Na, beziehungsweise ich verliere den Sinn eines. Ich verliere den Sinn ein bisschen von meinem Leben, sagen wir es ja so. Ob das so ein gesundes Mindset ist, ist eine andere Frage. Weil ich hätte dann zwar mein Handy, aber ja, damit kann ich nur höchstens was auf Discord machen, Stream schauen und YouTube schauen. Oder allgemein halt immer irgendwas schauen, aber mehr nicht. Aber sowas wie Stream oder so kann ich dann eh nicht mehr machen. Weil die Sache ist, ich habe keine Lust auf das Stream aufzugeben. Das ist halt so eine Sache, die ich halt wirklich gerne machen will. Weil das ist halt so eine der wenigen Dinge, die mir wenigstens Spaß machen. Außer ja, Animes schauen, zeichnen, Mangas lesen und ja, zocken. Ansonsten würde mir da nicht viel einfallen, was mir sonst Spaß machen würde. Ja. Ja. Und das war's. So. Heuchersa, ich will ihn ohne Heilung machen. Rüstung des Schwertmeisters. Apropos Schwertmeister, was sind seine Effekte? Oh, wirklich. Ich komme immer noch nicht... Das ist halt ein kleines Problem, was ich immer habe, dass ich halt mich die ganze Zeit aufrege. Dass ich, ja, halt... Wie kann ich sagen, äh... Wenn ich halt etwas gefunden habe, worüber ich mich aufregen kann, dann komme ich halt davon nicht so wirklich weg. Schadensreduktion, Kirek-Reduktion, Nahkampfschaden, Zeichen des Kreuz, erhöhen. Doppelschwerter, Kirek-Nation, Je... Okay. Seine Rüstung ist eigentlich für Doppelschwerter in Ordnung. Aber ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich sage, oh mein Gott, das will ich so gerne haben. Und irgendwelche andere Dinge, die mir gerade nicht einfallen. Ist okay, die Rüstung, aber... Jetzt auch nicht so stark. Mittelmäßig. Mittelmäßig war gut, aber jetzt nicht sehr gut oder so. Ich mag Yoshiteru. Oh ja, alter Mann. Jetzt würde ich den alten Mann zusammenhauen. Oh, ey, wirklich. Ich hoffe, dass ich... Wenigstens irgendwann darüber hinwegkomme, wirklich, also... Es ist halt ein Pain. Pain ist das. Oh, oh mein Gott. Oh. Wir kommen im unendlichen Loop, alter Mann. Naja, fast. Ich hätte nicht so geduldig sein sollen. Es ist halt alles. Äh. Mmh. Und. Ich habe das. Okay. Ich habe das. Oh. Oh, ich bin tot Ja, fast Oh, ich bin tot Ich mach den blöden Allensack noch fertig Das werdet ihr sehen Hab ich doch gesagt Ohne Heilung Okay, nicht ohne Heilung Ich wollte gerade sagen, ohne Heilung Ich hab mich ja geheilt Egal Gut Einfach nicht daran denken, dass was gerade passiert ist Versuch dich abzulenken Ich weiß ganz genau, dass es nix wird Aber ich versuche es Wenigstens Und das ist auch irgendwas einfach in meinem Kopf Sobald ich einmal irgendwas gefunden habe Dann kann ich mich schlecht darauf Naja, beziehungsweise nicht schlecht darauf fokussieren Sondern ich kann Das geht halt mir nicht dann aus dem Kopf Das ist ja die Sache So Äh, ja Dann Äh Sonst Sonst Das machst du gut. Also ein Stolz auf dich, mein Freund. Hm, ich bin tot. Oh, ne. Das war Cheat. Das war einfach nur Cheaten. Der hat mich einfach rangezogen. In welcher Welt war das fair? Ah, ja. Jetzt will ich wissen, in welcher Welt das Sinn ergibt. Na gut, dann machen wir es halt Mitteilungen. Hm. 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 Das war's für heute. Ja, hallo. Bist du gerade aufgewacht, oder? Oh, das ist ein sehr nützlicher Move sogar. Der sehr viel Ausdauer... ...damage macht, muss ich sagen. Das gefällt mir. I like that. Da wird ein bisschen getreten, na? So. das sarigama muss war relativ einfach vor allem die dritte waren sehr strong die behalte ich ich mag die dritte die die machen sehr viel ausdauer damage viel zu viel um genau zu sein genau jetzt kommt das odachi das ist super einfach odachi ist nie so ein problem gewesen dojo genau jetzt läuft doch der stream richtig das freut mich schon mal zu wissen es lag nicht mehr was auch immer das vorhin war warum auch immer es so krass geleckt hat ich bin immer noch wach ja wunderst du dich warum du immer im boys scherz einschläfst oder so weil du irgendwie die ganze zeit wach bleibst bin ich gerade ok schwarzer Das war's. Okay, dann warten wir. Nö, 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 nö. Das erinnert mich an meinen Verschulden-Controller, den du immer noch nicht gefunden hast. Ich glaube, das wird auch nie passieren, dass du den jemals finden wirst. Du hast zwei Wahlen. Dann entweder drehst du deine ganze Wohnung über den Kopf oder du kaufst den neuen Controller. Oder du spielst über Tastatur. Oder ja, mehr würde mir jetzt auch nicht einfallen. Was hat er mir da... Ja, dankeschön. Log eines berühmten Samurai. Genau das, was ich brauch sogar. Das stimmt sogar halt wirklich. Ich brauch das. Oh, noch eine Locke des Berühmten Samurai. Warum geben die mir auf einmal so viele Locken? What the fuck? Ich meine, ich find das gut. Aber ich find's nur komisch. Ich kauf mir irgendwann einen neuen auf. Ich verschalze die Kamera. Werden wir sehen. Werden wir sehen. So, wie war das nochmal? Naja, so ging das. Okay. Let's go. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Das war ein schlechter Key-Impuls bei Duhell. Das war der langweiligste Kampf seit... Ja, seit wann eigentlich? Seit immer, ja. So kann man es auch nehmen. Weil das Einzige, woraus der Kampf besteht, man sieht es eigentlich. Und das ist mir auch da weniger traurig. Du kannst in der unendlichen Offensive übrigens vielleicht mit den Waffen. Genau deswegen ist das langweilig. Weil die menschlichen Gegner dagegen nix machen können, gefühlt. Außer jetzt gerade unter Blocken, weil ich aus irgendeinem Grund in der Mitte Haltung bin, was ich sehr komisch finde. Eigentlich war ich in der oberen Haltung. Jetzt warten wir wieder ein paar... ...bisschen, bis unsere Ausdauer wieder aufgefüllt ist. Und der Spaß geht weiter. Das Einzige, was sie machen, ist halt nach hinten ausweichen, wie man hier sehen kann. Weil es gefühlt das Einzige ist, wo... ...wo sie überhaupt daraus entkommen können. Und dann geht man selbst wieder nach hinten. Wartet, bis seine Ausdauer voll ist. Dann macht man... ...ist es nicht wirklicher Kreislauf. Dann heilt man sich mal ab und zu. Falls es ein bisschen knapp wird. Und man gewinnt. Ja. Die Stormfass sind coole Waffen. Jedoch wenn man gegen menschliche Gegner kämpft, ist es wohl einer der langweiligsten Dinge, die man jemals haben kann. Also jedenfalls, wenn es gegen Bossgegner ist, wie Hanzo. Weil es nur ein Hin und Her ist von Offensiv und Defensiv. Beziehungsweise sehr stark. Ja, Tompfer im PvP... Das kannst du, glaube ich, relativ einfach ausnutzen. Nimm einen Speer oder einen Odachi, irgendwas was Range hat und du kannst die Tompfer ausspielen. Also jedenfalls in einem Dämonentanz. Odasko Sarigama hat auch einen Fernkampf an... Die Tompfer... Sie ist sehr gut zum Key-Damage, aber... So gesehen, wenn du weißt, wie du dagegen ankommen kannst, dann ist es einfach. Also PvP ist allgemein sehr komisch zu erklären, wie dort überhaupt Waffen funktionieren, welche Waffe gut gegen welche ist. Weil das konnte ich sogar selbst nie sagen. Außer, dass es Odachi gefühlt jeder... Naja, die meisten sagen es ja so, es gab ein paar Sonderfälle, die das nicht gemacht haben. Und dann gab es noch größere Sonderfälle, welche nur ein Omnio-Magier-Set gemacht haben, nackt rumgelaufen sind und nur darauf gehofft haben, dich auszukontern, wenn du mal deine Waffe geschwungen hast und sie es nie geschafft haben. Ja, so einen Spieler habe ich mal begegnet. Der hatte keine Rüstung an, er war nur ein Magier und er hat versucht, meine Waffe zu parryen und das ohne Erfolg. Warum man so spielt, weiß ich zwar nicht, aber es war lustig. Für mich jedenfalls. Monkey-Brain, ja, das beschreibt es relativ gut. Theoretisch gesehen ist jede Waffe gut, wenn du damit spielen kannst. Nein, nicht wenn du damit spielen kannst, besser gesagt, wenn du halt einfach weißt, was du machst. Auf welchem Bild du bist. Ich meine, ich habe ein Bild gemacht, was basically auf der einen Seite ein Tank ist, auf der anderen Seite irgendwie ein Allrounder irgendwas. Ich habe ein sehr komisches Bild irgendwie kreiert. Ich meine, ich heile mich durch gefühlt alles. Ich mache Damage. Der relativ in Ordnung ist. Äh. Ja, was noch, ne? Ich kann jede Waffe spielen. Ich kann theoretisch gesehen jede Rüstung aus... Theoretisch gesehen habe ich ein Allrounder Tank-Bild gemacht irgendwie. Ich kann es nicht so gut beschreiben. Es ist sehr seltsam. Und ich habe sehr viel Schaden zur Reduktion. Das auch. Das kann man zum Beispiel, äh, hier nachprüfen. Äh, 51 Key Plus. Das ist eine Sache, die existiert. Ja. Ausweichen Key. Kann ich eigentlich ver... Nun, das ist eine durchaus gute Frage, die du stellst. Die andere Frage ist, wieso? Beziehungsweise musst du irgendwo hin? Oder... Wieso der Gedanke? Ich meine, theoretisch gesehen könntest du das. Ob die Leute dich dann komisch angucken, ist eine andere Frage. Das wird man sehen. Aber vielleicht kannst du es benutzen. Die andere Frage ist, wo du es hinsprühen willst. Weil wenn du es unter die Achseln sprühen willst, dann würde ich das eher, glaube ich, weniger empfehlen. Weil es gibt mal das ein oder andere, was... Ja. Was durchaus brennen kann auf der Haut. Beziehungsweise, äh... Da, wo die Achsen sind, kann es brennen. Ja, aber ich fühle mich mit Axt, Theo, zu sehr wie ein Türk. Ja, gut. Und ja, ich muss Hand und Eis machen. Ich spüre es in die... Ja, gut. Wenn du das machst, dann kannst du auch gleich Tschüss zu deinen Augen sagen. Und warum sind... Oh boy, das wird lustig. Ich glaube, ich mache das einfach mal ganz schnell. Ich meine, das sollte nicht so schwer sein. Es ist 570, deswegen... Wird schon schief gehen. Ja. Aber wie gesagt, zurück zur Frage. Kann ich eigentlich... Versuchen kannst du es. Viel passieren wird da höchstwahrscheinlich nicht. Also... Höchstwahrscheinlich ja. Das kannst du. Ob es so lange hält und ob es so abfrischend ist... Ist eine andere Frage. Okay, abfrischend war... Ob es überhaupt abfrischend ist, ist eine andere Frage. Aber... Ob es so lange hält oder... Na gut, riechen tut es halt wie jedes... Fabrice-Ding. Also man kann es sich denken. Es riecht halt wie Fabrice riecht. Ja. Schokoladen-Ding. Ja gut, das... Allgemein ist sehr hinterfraglich, warum man überhaupt sowas erfindet. Dann... Ja, Fabrice wäre dann... Irgendwahrscheinlich die bessere Wahl. Ach ja, übrigens, falsche Waffe. Ja, das macht mir, um ehrlich zu sein, sehr viele Sorgen, was sich der Mensch noch ausdenken wird. Es kommt darauf an, worauf du diese Frage nun beziehst. Toilettenreiniger, Deo. Ne, Neo. Äh, basically... Den Schwierigkeitsgradweg des Dämonen durchmachen. Also der dritte Schwierigkeitsgrad. Ich habe jetzt nur die letzte Mission von dieser Map ausgewählt. Beziehungsweise von der Region. Weil es... Einer der einfachen Dinge ist. Wobei eigentlich alles einfach ist, aber... Ich arbeite mich einfach so ab, dass ich schon mal die weniger stressigen Missionen schon mal hinter mich habe. Und dann die stressigen Missionen vor mir sind. Nur noch. Ja, ansonsten fällt mir da nicht viel ein, glaube ich. Basically heißt es einfach nur das Spiel insgesamt fünfmal durchspielen, weil es gibt fünf Schwierigkeitsgrade. Oder eigentlich freue ich mich auf den vierten und fünften Schwierigkeitsgrad. Einfach aus dem Grund, weil... Erstens... Ich kann mich höher leveln, beziehungsweise halt... Diese Werte hier auf über 100 bringen. Und... Ich bekomme eine neue Seltenheit. Die sechste Seltenheit. Das auch. Mit The Witcher. Ja. Das auch. Die habe ich schon lange. So wie gefühlt alles. Ich finde den Fakt immer noch sehr seltsam, dass bei den Japanern die Köpfe und so abfliegen, aber nur bei den Engländern nicht. Das ist immer noch ein Fakt, den ich sehr hinterfraglich finde. Ja. Das ist immer noch ein Fakt. Die haben keinen Gehirn, deswegen ist der ein... Ja gut. Das ist ja eine Möglichkeit. Willkommen in Dark Souls. Ja. Das war eine Sache, die passiert ist. Das sah sehr schön aus. Wahrlich. So elegant, wie er im Boden stecken geblieben ist und gezappelt ist. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt sowas sehe in diesem Spiel. Aber anscheinend ist das möglich. Gut, wie dem auch sei, das war auch eine sehr schöne Szene mit anzusehen. Genauso schön wie eine Geburt. Bloß mit dem Unterschied, dass es bei einer Geburt ekelhaft ist und hier, was wir gerade gesehen haben, lustig ist. Das ist das, was wir gerade sehen. Das ist ja ein komischer Vergleich, aber ja. Gut, doch. Ja, das macht mir am meisten Sorgen, dass man überhaupt auf YouTube sowas erstens hochladen kann und zweitens überhaupt findet. Aber wie YouTube so gerne es nennt, es sind, es gehört, es sind ja zu Education Purposes da, diese Videos. Um zu lernen. For Education Purposes, wie gesagt. Ja. Genauso wie Nackt-Yoga oder sonstiges, was da noch überhaupt angezeigt wird. Das ist ebenfalls zu Education Purposes. Es würde mich nicht verwundern, wenn es am Ende heißt, dass es oben bleiben darf, wegen Education Purposes. Und es würde mir zudem Sorgen machen. Aber gut, YouTube ist ja eh schon seit langem sehr komisch und hat irgendwie gefühlt keine Regeln. Habe ich langsam das Gefühl. Genauso wie Twitch manchmal. Aber ja. Jedenfalls. Wozu muss ich hin? Eigentlich laufe ich dreimal im Kreis gerade. Das ist mir auch durchaus bewusst. Ja. Zum Beispiel das Video. Um ehrlich zu sein, ich weiß selbst nicht mehr, wozu höll ich eigentlich bin. Aber anscheinend war ich da schon mal. Also andere Richtungen. Aber ja, das Video. Wenn man weiß, welches Video gemeint ist, dann muss ich dazu wohl nichts mehr sagen. Aber ich glaube, YouTube würde das auch zu Education Purposes zählen. Das würde mich nicht wundern. Nee, aber ich glaube, du kannst bei gefühlt jedem Video mindestens einen Frame einbauen, der genauso wie bei diesem Video ist. Und es würde nicht gesperrt werden, weil YouTube irgendwie zu, sagen wir mal, zu geistig degeneriert ist. Ich glaube, so würde, das Wort ist passend. Wie es auch heißen würde, ein IQ unter 50 grenzt an einer schweren geistigen Behinderung. Weil es grenzt, glaube ich, nicht ran, sondern es ist schon einer. Leider weiß ich den Satz jetzt nicht genau im Kopf, aber ungefähr so war das. Nun, wie dem auch sei. Jetzt beginnt der wahre Spaß. Und zwar Krebs. Das tut sehr weh. Bitte lassen, unterlassen Sie das. Es sei denn, Sie möchten sterben. Nun, man stirbt einfach. und aufhören Sie ruhig nach. Das tut es nicht mehr weh. Das war's für heute. Ich muss gleich die Musik wieder anmachen übrigens, weil die ist wieder aus, wie gefühlt jedes Mal. Ich will nur die Dinge hier kurz kaputt machen, weil er mich entschuldigen würde. So, und bitte mach weiter, Musik, Dankeschön. Und irgendwas wollte ich machen. Ich weiß nur nicht was. Wie dem auch sei. Weiter mit dem eigentlichen Ding. So, äh, lelelelele. fuck you darf ich mich nicht einmal vorbereiten ich habe mich nicht einmal vorbereiten Aua Aua Die Nun, das hat wehgetan. Aber ich habe mich noch nicht gekillt. Das war der traurigste Kampf meines Lebens. Muss ich sagen. Aber gut, der Boss allgemein ist sehr traurig. Und langweilig. Gut. Sowie dazu. Sehr schöner Boss. Ich hatte Spaß. Gut. Oh. Dankeschön. Moment. Darf ich jetzt? Oh. Maximale Charakterstufe. Oder heute. Ich weiß. Ich weiß nicht, was das heißt. Darf ich das jetzt erhöhen? Oder nicht? Oder geht nur Magie bis zu 100? Ich glaube, ich sollte mal kurz nachschauen. Ich glaube, ich sollte das einfach mal kurz nachschauen. Wenn ihr mich kurz entschuldigen würdet. Ich muss was nachforschen. Ach ja, übrigens. Ruf zur Veranfassung. Wenn ihr mich jetzt entföligen würdet. Ich muss kurz was nachforschen. Nämlich. Was zum Fick. Ich jetzt gerade. Äh. Nio. Nicht mit einer Null. Nicht mit einem N. Am Ende. Wir können also. Bis Level 750 kommen. Interessant. Und erst ab. Weg des Nio. Darf ich die Werte höher leveln? Das ist gut zu wissen eigentlich. Ah. Und es geht bis Level 1000 noch. Das heißt, ich kann bis Level 1000. Mich leveln. Schön. Das wird witzig. Ich will mich umbringen. Und wie dem auch sein. Ich will mich umbringen. Erstens. Mit nachforschen. Meinte ich nicht. Das gewisse nachforschen. Nach. Äh. Gewissem Material. Real. Und. Ja. Punkte reward ist so eine andere Sache. Wie ich das machen. Meine. Das war eine Idee. Wie ich das umsetzen soll. Ist eine andere Frage. Frage. Also. Du hast ja. Den mit Kanalpunkte. Jetzt. Geholt. Sagen wir es so. Das ist eine durchaus gute Frage. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite. Ich glaube du hast den für den ganzen Tag. Und ich glaube ich werde diese Kanalpunkte Belohnung. Sehr weit runtersetzen. Damit. Jeder. diesen Emote verwenden kann. Oder allgemein die Emotes. Weil. Ja. Come roll. So. Äh. Moment. Ein Moment. Nur. Da kann ich. So. Ist mir egal. Okay. Ich glaube. Diese Belohnung muss mindestens 80 Kanalpunkte kosten. Soll ich hinterfragen. Was das für eine komische Zahl ist. Okay. Jetzt sollte es so sein wie es sein sollte. Hoffe ich. Moment. Give me a moment. Please. Äh. Ja. Weil. Jeder sollte die Emotes verwenden sollen. Es sind eh nur 320 Punkte oder so gewesen. Deswegen. Das ist ja nicht so schlimm. Da. Da gibt es glaube ich schlimmere Dinge. Ach ja. Lord. You got streamed übrigens auf Twitch. Das. Den habe ich noch heute. Früh gesehen oder so. Der Tekken 7 gestreamt. Ja. 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 Und ich kann dir sagen. Seine Streams bestehen nicht aus dem Spiel. Was er spielt. Es besteht daraus. Wie er über irgendwas philosophiert. Oder so. Also er erzählt sehr viel komisches Zeug. Sagen ich so. Zum Beispiel hat er auch mal gesagt. Dass. Alles eine Verschwörung. Oder so ist. Als ich mal in einem seiner Streams war. Also ich bin da mittendrin reingejoint. Und ich. Um ehrlich zu sein. Ich habe keine Ahnung was. Ja. Es sind sehr komische Streams. Sagen wir es einfach so. Warum ist es auf mich so ein Stufe 1. Auf einmal alles. Well. Anyways. Äh. Ja. Den habe ich geschaut. Den habe ich geschaut. Wer kann ich auch nicht dazu sagen. Also das. Äh. Oh. 90%. Danke Handy. Ich mag dich auch. Oh. Es war diese Mission. Ich habe schon jetzt. Den Gedanken. Den Kontroll gegen die Wand zu öffnen. Aber ich mache das nicht. Okay. Oh my god, please kill yourself. What the fuck. Ja, ist okay. Bitte. Ich hasse diese Regenschirme. Die sind unverbroken. Like for real broken. Die können einen paralysieren. Mit paralysieren meine ich auch ein komplettes Movement wegnehmen. Und das hört sich auch so spaßig an wie es ist. Das ist nämlich gar nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Spaßig. Ich will mich selbst umbringen. Okay. Ähm. So wie dazu. Wer hat sich diesen Gegner ausgedacht eigentlich? Können wir darüber reden? Nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Brocken. So, fuck you. You can't, HAL! Oh mein. Oh mein. Oh mein. Oh mein Gott. Ich weiß nicht diese Mission. Ich weiß diese Mission so sehr, ne? Ihr wollt das nicht wissen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh mein Gott. Ach du mal. Ach du echt. Ach du mir nicht. Ich weiß nicht, dass ihr geweint und seine Machen hast. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ciao. Oh mein Gott. Endlich Der dimmste Gegner im Gesammenspiel ist tot. Geht doch. Oh, wirklich. Ich hasse den Schirm. Ich weiß, dass es sich ziemlich behindert anhört, wenn man das Out of Context übrigens nimmt. Ich hasse den Schirm, ey. Wirklich. Vor allem, es ist halt einfach so ein Support-Gegner. Der ist alleine, macht Kanda nichts. Aber wenn mehrere da sind, dann ist das gefühlt der nervigste Gegner im gesamten Spiel, ne? Like for real. Okay. Das war's für heute. Oh mein... Geht doch! Oh mein... Let's go. Oh... Gemein ist das Spiel eigentlich fair, aber es gibt manchmal den ein oder anderen Moment, das ist zwar selten, wo man sich denkt, was zum Fick hat man sich dabei gedacht? Na ja, wie dem auch sei, machen wir einfach weiter. Und damit... Das sind fast alle Fähigkeiten. Jetzt fehlt mir nur noch hier die besonderen Dinger. Ja... Wie viel brauche ich? 7... Oh ne... 1... 8... 15... 23... 29 brauche ich, okay. Wir verkaufen ein bisschen. Und ich hab 3,4 Millionen, das auch. Man würde sagen, ich bin reich, aber... Reichtum in Nio ist ein Druckbild. Was war's hier? Reichtum? Naja, das existiert in diesem Fall nicht. Warte, wie viel brauche ich? Warte mal was... Moment... Wie viel brauche ich? Doch, 11 Millionen. Äh... Die Sache ist, das Geld herzubekommen ist... Das kleinere Problem. Ich kann jetzt auch die Haare lustigerweise auch... Ändern. Das geht auch, ja. Aber wir belassen es beim guten Original. William. Wenn dann. Bei der Original William. Das ist der, den ich kenne. Und der besser aussehendste. So, wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn aus? Matsunaga. Wie sieht's denn aus? 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 Meister der Doppelkling, machen wir das? Ja! Tja. Musashi, den kannst du killen. Ich kümmere mich mal um die Idioten hier. Ich kümmere mich mal um die Idioten hier. Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. weil... weil... Genau, das war's für heute. 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 Oh, das war's für heute. 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 Oh. Oh, nein. Oh, nein. Nein, nein, nein. Ich habe zwar nichts gegen diese Yokais, weil die relativ einfach zu killen sind, weil die Hörner abzuschlagen von diesen Ninja Yokais ist einfach. Aber wenn sie dazwischen halt immer punkten, als Fernkampfeinheit, dann ist das wiederum nicht so geil. Dann will ich lieber, dass sie einfach nicht existieren. Oh, hallo. Ja. 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 Großartig Ja, lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe ich gehe wieder dahin, wo ich lieber sein will. Ich habe mich schon mal um den Rahmen Tengu gekümmert. Ich gehe wieder. Wie lange soll ich noch warten? Wie schnell! Okay. Muss ich kapieren, was da gerade passiert ist. Das war ja legit ein Speedrun gefühlt. Das war mir ein bisschen zu schnell, aber hey, ich gewinne. Das ist schön. Okay, was ist jetzt halt wirklich passiert? Ich verstehe das nicht. Aber hey, äh, tu mir einfach so, als hätten wir nichts gesehen. Will ich rastlose Geister machen? Oder zuerst ein entweiter heiliger Berg? Ich glaube, ich mache die zuerst. Oder? Ja, doch. Doch, wir machen die zuerst. Weil... Ich ansonsten höchstwahrscheinlich komplett zerstört werde. Ja. Ja, du... Das sollte reichen, alles gut. Hoffe ich. Äh... Zack. Das gehört als Mia. So. Genau, der Spaß, das hier... Das sah ja komplett daneben. Oh, meine Musik hat aufgehört. Sehr schön. Genau das, was ich immer wollte. Genau das, was ich immer wollte. Und außerdem... Mach mir das so. Äh... So. Ich hab das gleiche Gefühl, dass mein Inventar nicht ausreichen wird. Wie gesagt! Ja, ist richtig. Oh my god. Danke für den Lag-Spiel. Danke. 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 Oh, Mann. Wir dürfen den ganzen Weg neu laufen. Wie wir das spielen. Ah, boy. Na gut. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Ich schiebe es. Immer runterzufallen. Das ist mein Lieblingsfeature an jedem Spiel. Runterzufallen und den ganzen Weg neu zu laufen. Großartig. Das war's so gut. Der wird mich nicht mehr auffallen können. Das war's so gut. Das war's so gut. das hört sich eigentlich auch nicht schlecht an mal sehen mal sehen Ja. Nehme ich. Meinen Sieg. Das war gut geschossen von mir. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Easy. War doch nicht so schwer. Irgendwo war der andere Typ. Der hier die ganze Zeit rumgelaufen ist. Oh. Da kommt er wieder. Ne. Ist irgendein anderer. Von denen gibt es viel zu viele. Die man hier sehen kann. Von diesen ganzen Machleuten. Ja hallo. Wie gehts denn so? So. Da ich jetzt weiß wie Verwirrung funktioniert. Kann mich nichts mehr aufhalten. Ja. Und zack. Auf. Bitte. Bitte nicht. Nein. Nein. Geht so wie. Wie du. Hast du was auf dem Server geschrieben? Ich bin nicht immer so aktuell. manchmal. 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 Ja. Aha. Ah ok. Ja das. das sehe ich jetzt hier auch das sehe ich jetzt hier auch gerade ich bin nicht immer so weil ich schaue mal rein wenn ich zeit habe und so ja auch maus ja so ich habe ja uff mitsunari bitte zerstör mich nicht oder warte kurz ich will dich verwirren nämlich ja gut gemacht william mitsunari mitsunari kann ich dankeschön verwirrung ist ein bisschen broken muss ich sagen ich mag es nur 25 dann noch 10 ja weiß halt nicht wie viel das spiel kostet na weil als ich das was ich noch gesch hast du noch kena oder so weiter gespielt also ich könnte mir das vorstellen und doch mensch ist auch mal was neues dass man das hört es wurde angenommen das war auch ein neues wunder hätte ich nicht gedacht aber das ist doch schön zu wissen jetzt gibt es ja so eine schöne ladezeit das auch und ich ja gut das man kann einfach sagen anfangs ist man immer kacke ja und es ist handy handy ist auch so eine sache an sich oh mein gott bitte äh feuer um feuer wieder muss ich gehen weil ah ok das ist schon mal gut zu wissen im voraus was gibt es denn denn dann so schönes weiß man das schon oh mein gott so hat das gefühl dass ich gleich von hinten angeschossen werde passiert aber nicht nö oh ja da ist der schütze den ich gesucht habe vor dem ich angst hatte äh feuer so so oh gott autosteuerung ja die ist auf dem pc wesentlich einfacher ich weiß wirklich nicht was es gibt ja gut dann wirst du das wohl später oder früher erfahren was es dann gibt oder du das du du wirst du 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 Willkommen in der Albtraumwelt Nennt sich auch Verwirrung der Effekt Tschüss Boah Schöne Ragdoll So Ich habe Screenshots von der Handyversion mal gesehen Und ja, das sieht sehr komisch aus Ich kann es mir schon denken Rhymecker gespielt Caramel Caramel, Firefox und Skylark Das sind die drei Anfangsdinger, die du hast Alle haben ihre Schwächen und Stärken Und dann kommt ja noch welche durch die Daily Sachen Na, man bekommt am Wochenende Per Zufall mal Mecca for free fürs Wochenende Beziehungsweise von Freitag bis Sonntag Das heißt drei Tage Das ist eine gute Frage Das jetzt, ne Ähm Ich will Komm Rastlose Geister Ich will mich jetzt umbringen Wenn es jetzt die Version ist, die ich denke Kommt noch Shimasakon dazu Heißt das schöne Trio von Sakigahara So Mal sehen Äh Eins, zwei, drei, vier, fünf Und der Spaß geht los Und Hanayoshi Zuku ist der Erste Falsche Oh mein Gott Please Der Versuch wird schon mal nichts Das kann ich jetzt sagen Es sei denn Ich dürfte mal mein Blitzelement richtig verwenden Ja, da ist schon Mitsunari Ich bin sowas von tot Apropos tot Das war meine erste Schnellwechselrolle Apropos tot Ich bin jetzt offiziell tot Stimmt Hotsteel ist ja auch for free Hotsteel ist der mit dem meisten Leben Und es Den hab ich noch nie gespielt eigentlich Ich will den mal irgendwann spielen Ich hab den zwar auch, aber Ja Aber sah lustig aus Sehr easy Hurricane Stimmt, es gab ja die for free Sachen Dass du die sieben Tage Oder drei Tage for free spielen kannst Das gab's ja auch noch Ja, Hotsteel kann fliegen Das Weil der beste fliegende Mecha ist Hurricane Hat auch gefühlt das beste Move Von dem gesamten Spiel irgendwie Das auch Oh, hallo Mitsunari, ich hasse dich. Ich will hier weg. Und zwar ganz schnell. Oh, fuck. Ein Moment. Ich renne weg. Ja, ist richtig. Mach, was weiß ich, was du da machst. Ich will mich erst um den hier kümmern. Wupp. Ach, du Scheiße. Oh, Fall. Ups. Oh mein Gott. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was hier eigentlich passiert. Ich versuch. Hö,ategorie. Wie geht das? Oh mein Gott. Johann und ents self. Wie geht das? Ja. Wie geht das? Sag, ich verstehe den Ballen. Iono. Oh, mach. Ich sage es. Bescheid wie es ist. Aber ich hab gewonnen Äh, cool Was ist hier passiert? Wie dem auch sei Anscheinend ist der Feuertrach einer der besten Injutsus, die ich jemals in meinem Leben habe Beziehungsweise haben werde Ich werde das in Nioh 2 auch verwenden Feuertrach ist ein sehr schönes Nindschutz Ich mag das Free Feuerelement Und das relativ schnell Das baut sich sehr schnell auf Deshalb kann ich sehr easy Verwirrung machen Ich brauch am besten nur noch ein paar Schüsse So hast du Blitzschuss oder so Keine Ahnung Und dann Sieht eigentlich relativ gut aus Sogar Die andere Frage ist Kann ich überhaupt Schüsse reinmachen? Welche? Blitzschuss könnte ich schra... 1 Okay, ich hab nix gesagt Wie dem auch sei Wir verkaufen jetzt ein paar Dinge Weil ich brauch mehr Reichtum Nur um 11 Millionen dann los zu werden Und wieder Arm zu sein Hm, angenehm Dieses Spiel bringt einen sehr gut bei Wie es sich anfühlt arm zu sein Und das nicht nur Selten Äh Ich glaube ich muss mal irgendwann ein neues Hikoemon Ichimonji machen Schau mir ein paar Das ist halt das Gute An dem Spiel Im Trainingsmodus Die lassen dich ja wenigstens Überhaupt dir Irgendwelche Mechas anschauen Und so Alle Mechas die es gibt Das ist halt das Was mir allgemein In Spielen fehlt So Auch wenn es DLC-Karaktiere gibt Wie im Fighting Games Da finde ich Dass man das auch Im Trainingsmodus machen soll Dass man die dort Wenigstens ausprobieren kann Das wäre halt das Was halt am besten wäre Aber gut Ich glaube das wird eh nie passieren Deswegen Die Hoffnung können wir uns eigentlich Äh Durchstreichen So Wie dem auch Ich habe 7,2 Millionen Ist noch ein bisschen Geld Bis dahin Mataroso Ist richtig Ja Apropos Tekken Muss ich auch mal Irgendwann privat Ein bisschen Wiederspielen Bisschen den Jin Weiter lernen Wie viel habe ich ausgegeben Gute Frage Ich weiß es nicht Aber ich habe ein paar DLC-Charaktere Wie ich auch mag 1,2 DLC-Mi-Kostüme Und ich glaube Da hört es auch auf Ich weiß es nicht Ich habe halt alle Ja Ich habe halt nur das Geholt was ich halt Haben wollte Ne Wir müssen sogar Stimmt Wir müssen sogar Ganz gefährlich Was ich da machen wollte Übrigens Niemals in diese Fliegenden Papierdinger Reinrennen Außer man möchte Gern gleich Komplett Gefistet werden Wupp Hoch mit dir Und Zack Und das sollte es Gewesen sein Ja Sehr schön Das waren noch Keine großen Probleme Das lief doch Relativ sauber ab Ist auch nur runter Hier kommt übrigens Es ist wahrscheinlich gleich Ein Gegner Oh mein Gott Und Tschüss Ich habe Bin ich mal richtig Angehitzet Wir warten Und wir warten Und wir warten I-Frames Das ist ein Ding in der Game Ist fucking Gottlike Oh hallo Der würde jetzt gleich Erschossen glaube ich Nun Zur Hälfte Na ja Zum drittel Sag ich so Oh Hallöchen Moment Oh fuck Können wir Bitte 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 Uns Nicht dieser Statue Annähern Like Ich will Lieber Einzelne Dagegen Kämpfen Dankeschön Dann Machen wir So Äh Über mir ist der Letzte Ne Ja Das heißt Wir müssen Oh Das habe ich gesehen Ist noch rechts Einer Ist nur so Einer Ja Ist Richtig Bitte Stirb Einfach Nur Wie viele von euch Gibt es noch Wie hast du mich getroffen Das ist eher meine Frage Jetzt Oh Kann ich bitte Dein Horn Einfach Treffen Dankeschön Oh Ja Das macht mir eigentlich Nicht viel aus Ich meine Meine Checkmary Hier ist sowieso Sehr viel Äh ne Sehr schnell meine Hier Deswegen Macht es mir nicht so viel aus Was mir aber für ausmacht Ist dass der hier da ist Bevor ich den Kristall zerstöre Oh boy Oh boy Oh boy Hm, das ist mehr oder weniger angenehm. Na, danke Yoshitsugu. Und es geht zu Nismison. Ich hab da ein paar lustige Kristalle bekommen. Die ziehen wir uns alle schön rein. Ich glaube, ich habe jetzt alles geholt, ne? Schön. Das ist doch wunderbar. Ich glaube, mehr gibt es nicht. Ich mache das nur auf eine perfekte 80, damit es nicht so hässlich aussieht. Und ich nicht irgendwelche Anfälle bekomme, wenn ich die Zahl sehe. Dann level ich einfach Key. Oh, Murasim. Ich glaube, ich glaube, es wird nicht so hässlich sein. Ich bin vielleicht auch ein bisschen mit dem Ding anziehen. Und ich habe es nicht so hässlich sein. Ich habe es nicht so hässlich sein, was ich die Zahl sehen. Ich habe es nicht so hässlich sein. Oh, nicht vergessen, wenn wir den Streit aktivieren, die bringen relativ viel Amarita. Außer der hier am Anfang, der ist einfach kacke. Sehr schön. Sollte mal schauen, wie viel Omnio-Magie-Slots ich habe. Das war ein bisschen gefährlich, muss ich sagen. Das habe ich nicht realisiert. Wir müssen einfach nur hier durch. Sollte mal schauen. Dass man alles ignorieren kann an Damage. So gefühlt. Und ich hiele mich ja auch immer. Ich glaube, ich habe ein sehr gutes Set gebaut. Jedenfalls denke ich das. Ich bin mir eigentlich nicht sicher. Das habe ich auch noch nie gesehen. Dass die einfach sich selbst wegsprengen. Das ist auch sehr schön. Also dass sie halt sich selbst wegsprengen durch Hilfe eines anderen Gegners. Also das war mein Mecker schnell durchlauf. Oh fuck. Das hätte schief gehen können. Moment. Wo muss ich lang? Da jedenfalls nicht. Da jedenfalls nicht. Oh. Ich höre was. Andere Waffe bitte. Wand. Zu Gabriel kann ich sagen. Ich mag ihn auch. Ist ein sehr schöner Sniper Mecker. Macht sehr viel Spaß. Und zu den anderen kann ich noch nicht viel sagen. Er sah interessant aus. Die andere Spieler ihn gespielt haben. Vielleicht ein Mecker, den ich als nächstes holen werde. Muss ich gucken. Der ist auch recht strong. Das auch. Wie die Spieler ihn gespielt haben. Oh. Ah. Range. Cool. Schön, dass das eine Sache ist. Ich glaube, ich bin ein bisschen falsch gelaufen. Das sieht sehr falsch aus. Ja. Wie war's mit der anderen Richtung? Ja, da muss ich nämlich eigentlich hin. Oh mein Gott. Nein. Ich will nicht. Danke. Gerade da ich mich. Gabriel ist halt sehr gut auf hohen Orten. Sniper halt. Halt einfach hohe Orte. Wo auch andere halt nicht so gut hinkommen. Ist ja klar. Oder am besten immer so, dass man auch wenigstens Deckung hat. Beim Süden bin ich mir nicht so sicher. Auf der, bei der Map. Weil wenn es dann immer so eine schöne Hügellandschaft oder so ist. Da kann der eine oder andere Art, wo auf einmal ein Gesicht springen und du bist basically instant tot. Ja, Gabriel ist halt so in der Stadt. Sehr gut. Im Stadtgebiet in der Mitte ungefähr. Also allgemein wo die Stadt ist. Es kommt halt, du musst halt auch immer gucken, wo geht die Zone lang? Wo endet sie? Weil es ist halt auch sehr wichtig, wo du hin musst. Weil ich überlege mir auch immer jedes Mal, okay, welchen Mecha spiele ich? Welcher ist diese Runde, ja halt, gut? Bin ich eigentlich der Einzige, der aber... Theoretisch gesehen haben die Ähnlichkeiten schon irgendwie. Nicht gerade komplett genau, aber ja. Ich meine, ihr Killfeed-Icon, wenn sie irgendjemanden killen, das sieht sehr ähnlich aus. Also ja, man kann die schon ein bisschen, die ählen sich schon so ein bisschen, ja. Ich glaube schon, dass es ein paar vielleicht denken, aber kann ich jetzt nicht so genau sagen. Das ist aber alles falsch aus. Gefühlt. Ja. Naja, um genau zu sein, hat es so gesehen zwei Maps, bloß dass die Variationen der Maps immer anders sind. Also so ein kleines Mini-Feature haben, wie zum Beispiel Gravity oder sonst irgendwas. Aber ja. Es fühlt sich halt nur so viel an, einfach weil die so viele Variationen von den Maps aus irgendeinem Grund gemacht haben. Aber hey, dadurch bleibt es auf eine Art und Weise trotzdem abwechslungsreich, kann man sagen. Irgendwie. Ja. Oh, fuck. Okay. Okay. mehr Carmel Ja. Na, ist halt schon. Oh. Pff. Bitte nicht. Äh, wenigstens halbwegs noch mit relativ viel Leben, wenn da schon enden. Oh, das wird wehtun. Die sind manchmal sehr grablastig, muss ich zugeben. Ach nö. Äh, wie machen wir das jetzt? Ganz einfach. So. 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 Um. Hmmmm... Wupp... Easy... Ich find keine Recharger... Ja... Recharger ist immer so ein Glücksspiel... Entweder findest du 100.000 Stück... ...oder gar keine... Aber wenn du ganz viel Pech hast... ...dann hast du einen Spieler in deiner Nähe... ...der aus irgendeinem Grund super viel Glück hat... ...und seinen Mecker schon hat... ...und du bist tot... Also das, was ich ein paar Mal mal erleben musste... ...und dann hab ich mein ganzes Leben hinterfragt immer... Äh... ...was brauche ich? Ich hab den Feuerdrachen... ...also machen wir den blauen Drachen... ...wir werden nur Himmel erstmal los... ...Nubunaga ist zweitrangig... ...und das sollte eigentlich relativ einfach sein... ...hoff ich! So, das heißt... ...zack, zack, 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 zack... ...und... ...es geht los! Vierst... Das war's für heute. Das war's für heute. Woher kommst du denn auf einmal? Easy. Nobunaga. Jetzt. Können wir Spaß haben. Oh Gott. Was willst du eigentlich? Oh. Die Musik ist schon wieder aus übrigens. Also irgendwie habe ich da langsam das Gefühl, dass es von Schwierigkeitsgrad zu Schwierigkeitsgrad einfacher wird. Vielleicht bilde ich mir auch langsam nur irgendwelche Dinge ein. Vielleicht werde ich auch einfach nur besser. Oder overpowered. Je nachdem. Warte. Musik. Wichtig. Ich hatte einen Sniper-Spieler. Meine Sniper sind ja relativ gut eigentlich. Und in Squats sind die Sniper sowieso sehr nervig, wenn man sie als Gegner hat. Also das ist keine schlechte Entscheidung. O. Kürzer. O. Kürzer. 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 Oh! Oh. Aber das ist ja nicht schlimm. Es wird tun, sind die zum Beispiel sehr verhasst. Ja, zu das zu tun kann ich halt nichts sagen. Aber ich glaube, das ist in jedem Spiel lustigerweise so. Jeder Hass-Sniper. Sei es in Super Mecha. Gut, in Super Mecha, da beschweren sich Tatsachen jetzt nicht so viele. Sei es jetzt in deinem Beispiel. Sei es in... Nehmen wir einen ganz tollen Shooter, Call of Duty. Oder sonst wo. Es gibt überall. Überall. Wer werden die Sniper größtenteils gehasst? Nein. Überall. Du schrassst, das war es taste better. Du schrassst... Das war's für heute. 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 Okay, verwirrung. Das war's für heute. 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 Oh, Moment. Das war's für heute. 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 Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, shit. Oh, shit. Please. Stop. Stop. Oh, mein Gott. Woher? Ist klar. Woah. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein, nein, nein. Neuliwechsel. Oh, um. Ähm... Okay... Wo? Dahinten irgendwo? Oh mein Gott, wie viel denn noch? Ich muss kurz den verwenden. Mhm... 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 Äh... Ich schau gleich im Chat. Ich muss nur gerade... Dinge machen. Mhm... Mhm... Oh mein Gott... What a... Chaos... Ich muss... Ich muss... Ich muss... Und... Ja... Ich muss nur... Ja... Ich muss nur... Ja... Ja... Das ist doch sicher... Ich下去... Ich darf nicht merge... Der Arsch wusste es, dass ich das einsetze. Ah, so. Ja, das ist normal in dem Spiel. Das ist relativ normal in dem Spiel, sowas sieht man sehr oft, vor allem bei Ace Time sowieso. Das ist recht normal in dem Spiel. So, was bestand gerade der Bosskampf? Ich habe am Anfang sehr viele Effekte und dann wurde es relativ entspannt. Feuerdrache. Feuerdrache ist ein Ninjutsu, was ich liebe. Wirklich. Hätte nicht gedacht, dass das so fucking nützlich sein wird. Oh, mein Key wird nicht mal erhöht. Denk ich zumindest. Hab ich? Nein, ich habe das jedenfalls. Äh, es war halt Ace Time, was weh. Also ne, das hab ich schon gelebt. Ja, das wird allen durch die eigene Erfahrung erklärt. Ja, something like that. Doch, mein Key wird noch verbessert. Nur fucking slow. Nämlich. Ach, die nächste Mission hat so viel. Okay. Ich glaube, langsam fängt es an, dass ich wirklich Zeug verkaufen muss, was über meinen Pluswerten ist. Naja, was heißt über? Ja, okay, bis wieviel im Pluswerten? Ach, 10 fängt schon drin. 10, 11. Willen wir ein paar 11er loswerden? Ich glaube schon, ne? Wieviel Geld brauche ich eigentlich? 11 Millionen. Also machen wir 11,3 daraus. Na, noch ein bisschen mehr. Na, jetzt reicht aus. Das wird sehr teuer. Und wehtun. Ein bisschen. Wenn ich... Welch mal, Yozora. Das kann sein, dass du vielleicht so stippelst, wer weiß. Ach du Schneiße. Hey Muramasa. Ich glaube, ich kann dich komplett auswässern. Ich kann da Muramasa doch eh nix mehr machen. Aber man zeigt mir überhaupt das hier noch an. Fünfte, ich hab das am einen Tag gemacht. Im Tag. Nun, das ist Improvement, I guess. Oh, Moment. Ich hab da noch... Okay, anscheinend ist alles gut. Never mind. Auch wenn ich vorher... Ich hab da noch keinen Bock gehabt. Ja, da musst du jetzt durch. Würde ich sagen. Na, die Mischung wird sehr einfach. Ja, die Mischung wird sehr einfach. Aua. Nein. Runter mit dir. Wo ist Hanzu? Ah. Ist richtig. Bist du da ein durchaus chaotisches Level? Ja. Ja, nee. Darum kannst du dich jetzt kümmern. Ich hab den nicht provoziert. Nachher, wenn ich aufsteine, werde ich die Meister auf Critical spielen. Oh, Gott. Das hört sich ja nachher jede Menge Spaß an. Das war knapp. Das ist ein 1-9-K-Uni übrigens. Das ist ein 1-9-K-Uni übrigens. Da geht's übrigens weiter. Aber hier, ich will den... ...Sillenstein hier gerne haben. Oder was auch immer das jetzt ist. Na, was ist es? Embazid-Kristall. Nicht unbedingt das beste, aber es ist ein Anfang. Oh. Ja, dankeschön. Ist der Akku... ...Ja. Ist so ein allgemein so ein Handy-Ding, würde ich sagen. Oh. Das tut mir leid. Das war gut gezielt von mir wieder einmal. Oh. Dann. Hier würde ein Ramten-Tank-Uni übrigens gleich erscheinen. Genau hier vorne. Hinter mir ist noch einer. Oh mein Gott. Bitte lass mich in Ruhe. Gut gemacht, Anso. Ich glaube, ich habe mir diese nervige Section schon mal überschwauen. Nö. Ja, komm her. Bitte. Ganz schnell. Schmerzen. Ich habe erstens, das ist halt... Von Endis habe ich so gar keine Ahnung. So gefühlt. Liegt auch eher daran, weil ich die auch kaum welche benutze. Ich meine, ich habe eins, aber... Ja. Wann benutze ich das mal? Ich finde schön, dass alle... Nur... 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 Durch das Runterstürzen sterben. Und nicht durch den einäugigen Oni selbst. So wohl angemerkt. Alle sterben nur, weil sie runterfallen. Und um ehrlich zu sein, ich kann das vollkommen verstehen. Ich bin... Ich bin... Aua Wupp Oh, hi Das sieht nicht so cool aus Das sieht noch weniger cool aus Äh Ich hab nicht mal nach vorne gedodged Warum wurde ich da reingezogen? Das ist nicht Vertrug Das ist auch sehr schön Dass man einfach vom Spiel selbst betrogen wird So, und da ich keine Lust habe Beschwungskerze Bei der ganzen Amarita farm ich nicht neu Beziehungsweise hol ich mich neu Farm ist so eine andere Geschichte Ich werde das nicht auf dem Spiel Ich werde das nicht neu Aber ich werde das nicht so gut Ich werde das nicht so gut Das war's für heute. Und wir warten. Ich nehme das gerne mit. Könnt ihr bitte versuchen, mich nicht darunter zu schubsen, um mich gleich umzubringen? Das wäre sehr cool. Ich nehme das. Ich nehme das. Ich nehme das. Ich will nicht wissen, was auf späteren Schwierigkeiten gerade noch passiert. Das fühlt sich nicht mehr wie Nioh an. Weil das Einzige, was ich sehe, sind irgendwelche Effekte und lustige Explosionen höre ich auch noch dazu. Das ist ja gut, dass die Musik übrigens passiert hat. Ich müsste sowieso aufs Klo. Und das Gute ist, dass da vorne ein Speicherpunkt ist. Und jetzt beginnt der Boss Rush wieder einmal, zum dritten Mal, zum Mach, was weiß ich, wie oft ich die Scheiße gemacht habe. Ihr wollt so oft, geht so oft. Gut. Ich bin kurz aufs Klo. So, ich bin gleich wieder da. Und dann, ja, äh, geht's weiter. Deswegen, äh, bis gleich. Äh, Moment. Ich mach nur... Okay. So. Ich bin gleich wieder da. So, ein paar Sekunden. Ah. Ich bin gleich wieder da. Ja,緊 mal wieder da. Ich bin gleich wieder da. Aber ich bin gleich wieder da. Okay. Ich bin gleich wieder da. Und ich. Also, ich bin gleich wieder da. Vielen Dank. Vielen Dank. 14 Uhr bzw. gleich 15 Uhr. Ich bin erstaunt, wie schnell die Zeit vorangeht. Genau das. So, äh, Moment. So, so. Und weiter geht's. Maus, bitte. Bleibt nicht im Bildschirm. Dankeschön. Das wollen wir alle nicht. So. So, ich glaube, wir treffen auf, ja, das ist der erste Bossgegner. Da reicht das halt beides aus. Wo, ich mach noch das dazu. Gut. Wir können Feuer direkt erstmal machen. Verwirrung ist basically der beste Effekt, den man jemals haben kann. Jedenfalls, wer uns auf den Gegner macht. Wer uns selbst hat, dann bist du halt basically dead. Das war Null, übrigens. Der jetzt kommt. Das heißt, wir machen das drauf. Dann nehmen wir alle positiven Effekte. Und dann sollte es eigentlich so gehen. Oh. Oh. Genau. So. Hmm. Ich glaube, ich werde doch mehrere... Ich glaube, ich werde meine Bindung-Sets mal ein bisschen überarbeiten wieder. Ich muss dann nur gucken, wie ich das überarbeite. Weil Elementar ist strong. Like, for real. Das ist viel zu overpowered. Verwirrung. So, das war entweder die Spinnfrau. Ich glaube, das war die Spinnfrau sogar. Das heißt, wir können Wind-Element und Feier-Element dabei lassen. Aber das werden wir sehen. So, genau. Die Effekte. Das bleibt alles so. Ja. Das war's. So. Das soll wehtun. Macht mir aber sehr wenig aus. Ja. Das ist doch immer noch zu sehen. Also, wenn wir mehr rauskennen. Das ist doch nicht. Also, ich würde auch mal hinbekommen. So. 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 dann kommt nur noch die andere und dann sind wir auch mit dem level durch im gefällt übrigens auch für uns ein paar ärter talisman herstellen ich habe genügend dämonen hörner und das geld so reicht es eine andere frage hat es ja schön wenn ja so das ding ich glaube wir können alle ansonsten den rest so lassen wie es ist wie lange ist die hitbox aktiv like what the fuck zwar gerade ziemlich interesting wie lange die hitbox dort blieb ich habe jetzt nicht aber dass die graphic box wirklich so lange hält können eigentlich komplett zurücklaufen glaube ich oder eine wir springen ja immer vom stein zu stein ab na ok dann der war mein ich hoffe dass es hier ein skelett dahinter ist wenn nicht ist es jetzt auch nicht so schlimm weil wir haben es ist nicht schlimm wenn ich sterbe meine das jetzt hier eh nur um die die ecke den yukai können wir relativ schnell killen wenn ich ungefähr so zum beispiel haben wir noch ein bisschen marita übrig und auf geht's zu nobunaga kelly und orochi als erstes aber nobunaga ich hoffe dass er mit wasser startet erde ja wasser oder erde das wäre nämlich sehr nice weil ich glaube er startet mit feuer nehmt blitz und das war's mit nobunaga übrigens noch ein kelly wird das nicht wirklich ein großes problem sein genauso wie orochi dann gucke ich noch überall nach ob ich das auch alles gemacht habe dass alle hauptquests beziehungsweise nicht hauptquests sondern haupt content und dann gehen wir zur dlc über äh da 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 Das war's für heute. Ja, Kelly ist halt super langweilig und halt einfach lächerlich. Das ist halt auch so die lustige Sache. Dann kommen die zwei anderen Köpfe. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich will den Blitz Orochi kurz mal ganz schnell loswerden. Das ist der, der mir am meisten Angst macht, Tatsache. Okay. 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 Ich habe keine Lust, die ganze Zeit hier stehen zu bleiben. Und das war es mit Orochi. Gut, dass wir das hier nie wieder sehen, jeweils auf den Schwierigkeitsraten, ja. Also das einzige, was in der letzten Mission wirklich Spaß macht, ist halt der Nubunaga-Kampf und alles davor. Kei und Yamata no Orochi sind halt einfach super lame. Hätten die sich vielleicht was Besseres ausdenken können? Ja wirklich, die beiden sind halt super fucking lame und easy. Was habe ich da? Achso ja, Orochi-Schuppen. Genau. Äh, ich schaue nur kurz was nach. Ich glaube, das war Shokoku. Ja. Ich konnte die Maluxia machen und es würde mir noch... Ja, das zeigt dann wenigstens, dass es jedenfalls für dich ein guter Boss ist, der dir auch Spaß macht. Das ist halt für dich, was wirklich ein gutes Design oder so ist, keine Ahnung. Oder jedenfalls ein Boss, der irgendwie gut ist. Für einen selbst. So. Habe ich nicht gesagt, dass ich... Na, was auch immer. Das ist ja schon nachholen. Das ist ja schon nachholen. Und einer... Ja. Da sind dann genügend halt dabei. Um einen Favoriten dann zu haben. Oder wenigstens einen zu haben, den man mag. Ist besser gesagt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Please kill yourself. Ich hasse die Schirme. Gott, ey. Wirklich. Die Schirme sind mittlerweile halt echt super nervige Gegner für mich. Ab diesem Schwierigkeitsgrad mittlerweile. Ab dem Tenku. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Wirklich. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. So. Und tschüss. Also ich kann dezent sein, dass meine... Oh, das hört sich ja nach sehr viel Spaß an. Da freut man sich doch. Das hört sich wirklich nach sehr viel Spaß an. Und endlich zaubern und noch stärker dazu. Oh, neun göttliche Fragmente. Nice. Jetzt hab ich aber hier wirklich alles gemacht. Denn auf nach Toruku. Erstes DLC. So. 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 Das hört sich ja nach sehr viel Spaß haben für die Gegner. Jetzt ladet es. Das wird wehtun. Ein bisschen jedenfalls. Nicht unbedingt viel. Oh. Ich will vorwissen. Ja. So ungefähr fühlt es sich dann höchstwahrscheinlich an, ja. Ich glaube, du hast das relativ gut... Okay. Relativ gut beschrieben. Wenn ich aber das Name Hage hier schon erscheint. Okay. 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 Ah, ja. Du willst es also so. Nicht, dass es mich stört, aber... Du hättest auch leichter nachgehen können. Och, nö. Ja, ich geh da nicht hinein. Ich weiß, was der will. Und ich geb ihm das nicht. Oh mein... Rote Kapper sind basically die Schirme, bloß ein Schlimmer. Besonders stark sind sie nicht. Sie sind nur sehr nervig. Okay. 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 Und apropos Schirm, ich habe ja davon geredet, ne? Oh nein. Wisst ihr was? Nein, ich mache das nicht, nö. Ich gehe einfach hier hin, ich ignoriere einfach den Scheiß. Als ob ich mir jetzt den Rotz antue, ne. Die ignoriere ich gekonnt. Das ist mir eindeutig zu blöd. Da sage sogar ich nein. Die ganze Zeit paralysiert zu werden, beziehungsweise gelähmt. Ne. Also ganz ehrlich, da sage ich auch irgendwann, fuck off. Ich hätte die Schnellwechselrolle ausrüsten müssen, übrigens. Das war jetzt mein Fehler. 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 Mal sehen, ob ich da was machen kann. Ja. Hm. Wie wäre es mit... Nein. Ich weiß, dass hinter mir Navahagas... Ja. 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 Da bin ich auch hier wieder am Anfang und dann geht's auf zum Boss langsam. Ich glaube, mein Inventar wird langsam auch zu voll, aber das ist nur ein Gefühl. Ja, machen wir einfach weiter. Mach einfach das, was ich am besten kann. Nervige Statuseffekte auf Gegner bringen. Tschüss. Sieht halt einfach so fucking stupid aus, wie die einfach runterfliegen. Just like it was nothing. Das ist halt die dümmste Animation, die es in diesem Spiel gibt. Wenn die einfach so straight runterfallen ohne irgendwas. Na, komm mal her. Na, komm mal her. Na, komm mal her. Das war's für heute. Ah ja, da war ja so einer. Entweder ist Namahaga. Ah, Namahaga habe ich schon mal gesehen und da oben ist wahrscheinlich wieder so ein Schlangenhals. Und dass ihr noch existiert, ist mir auch noch neu. Also ich hätte erwartet, dass ihr einfach gar nicht mehr existiert aus irgendwelchen Gründen. Aber anscheinend gibt es noch diese Dinger. Das habe ich tatsächlich nicht erwartet. Ja, der Idiot da oben tut so als der normale Mensch. Pain. Ach, ich hasse diesen Gegner. Aber... Das Gute ist... Das hier nämlich. Weil die sind halt legit echt ein Pain in die Ars. Na gut. You ask for it. You ask for it. So, hier unten. Ah, hallo. Er meinte... Ja. Ich denke, es sind einfach nur so Meinungsverschiedenheiten und Erfahrungen, wie man das erfahren hat. Die ganzen Bosse. Und so. Ja, was soll ich sagen? Ich sag zum Beispiel, es gibt Leute, die sagen, Tatsuya Shibata in Nioh 2 ist der schwerste Boss. Für mich war der Piece of Cake. Ein Scheißdreck war der. Es ist halt einfach nur so eine Erfahrungssache. Björn das halt selbst erfahren hat. Und so. Das kann man halt nicht jedem Recht machen. Einfach. Und so. 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 Oh. Will schon die ganzen. Hammajaapan. HammajaPfeile mitnehmen. Ah ne, das Ding ist tot. Äh, sei ein normaler Mensch. Dankeschön. Ah, ja, Gebete wohnen erhört. Weil wenn's wieder so ein Schlangenhals wäre, würde ich kotzen. Ah, schlimm. Äh, noch was was? Was ist das? Oh, Namahaga. Namahaga sind nie gefährlich. Wissen, wenn, dann nur gefährlich, wenn du gar keine Ausdauer mehr hast. Kein Key. Aber ansonsten sind ja halt ein Blitz. Mmh. 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 So, dann öffnen wir einfach das Ding. Rennen wir wie ein Bekloppter durch. Wir werden erst angestochen. Wir sind aber nicht in Großbritannien. Dann dodgen wir den Scheiß. Rennen einfach durch. Close. Äh. Genau. Zack, zack, zack. Und es geht los. Okay. Okay. The worst boss in human history, by the way. Okay. Nur gut, es gibt noch Maria. Okay. Aber wir haben ihn gut beherrscht. Na ja, zum Teil. Ich hab versucht, ihn mit Elementen vollzupumpen. Weißt du, bei mir ist es so, wenn ich soll, bin ich ruhig. Und ich glaube, ich sollte vielleicht aufhören. Ja, dann gibt es zwei Arten. Entweder hörst du direkt auf, weil du absolut keine Lust mehr hast, oder du machst so lang weiter, weil er der Ehrgeiz dich kickt. Also eine Mischung aus ehrgeizt und salty-ness. Ja, ich wollte ihn nicht viereck drücken. Ich muss halt aufhören, weil ich dann sofort schlecht drauf werde. Aber bei mir ist das nicht so, nicht so wirklich. Ich denke, das ist halt auch so eine Menschensache wieder. Wie bei gefühlt allem. Ich denke, das ist halt so, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so, nicht so. Neuversuch. Ja. Aber never mind. Easy. Ich sag's so, Neuversuch und dann am Ende, ja, ist doch easy. Belebte Waffen sind halt broken. Und wesentlich besser als der Scheiß in New York 2. Ich meine, die Yokel-Verwandlung in New York 2 ist cool. Don't get me wrong. Aber beliebte Waffe ist halt superior. Ist ja aber auch halt gemein, seine letzte wäre unfair oder so. Also, ja, ich glaube, es ist halt einfach wirklich so eine Sache, wie du es erfährst, wie du... Es ist halt einfach Menschensache. Ganz einfach gesagt. Ich glaube, es ist halt einfach bei jedem halt immer eine Menschensache. Weil man kann es ja nicht jedem recht machen. So, genau. Hier geht es ja wieder darum, Kodama... ...zu finden. Beziehungsweise einen großen Kodama zu finden. Der ist nämlich irgendwo da hinten. Und kann es sein, dass ich... Habe ich jetzt Tatsache geschafft, all meine Munition zu verballern? Auch normale Munition. Was Tatsache sehr überraschend für mich selbst ist. Oh, wow. Was machst du da? Ah, great. Wie mache ich das jetzt? Ja. Muss so kämpfen. Sieht zwar komplett behindert aus. Aber irgendwie muss ich ja... ...den Schützen evoiden. Das Main Problem gerade ist. Gut. Ja, ich habe ihn halt als allererste... ...ja... ...mus... ...ich wollte hoch... ...ich wollte hochspielen. Ich will ja nichts verpassen. Oh, Ninja. Also jedenfalls die kleinen Kisten macht er immer so auf. Die größeren Kisten, da muss er schon ein bisschen mehr Kraft aufbauen. Hier ist ein Ninja drin übrigens. So. Äh... Kann ich da... ...ne. Runter mit dir. Oh. Äh... Ja, das war gut geschossen. Oh nein. Habe ich ernsthaft so viel Zähigkeit, dass ich ein Handrohr einfach tank... Okay. Das ist auch sehr schön zu wissen. Ich kann basically... ...eines der stärksten Projektile einfach so durchtanken. Schön. Pfeile findest du... ...wie Sand am Meer. Das ist die Sache. Aber... ...musketenschüsse... ...die kaufst du ja eigentlich eher nach, weil du die Übung so findest, gefühlt. Deshalb gehe ich super unsparsam mit den Pfeilen halt um. Ich glaube, hohe Haltung ist angesagt. So, hier haben wir eine große Küste. Da muss er wie gesagt ein bisschen mehr Kraft aufbauen. Und die ist ja auch ein bisschen größer. Da kann ja, glaube ich, es schlecht mit dem Pfeil da was machen. Also meine lieblingsbelebte Waffe ist wirklich das Wind-Element, so vom Aussehen her. Aber diese dunkle Rauchwolken-Spur, die da einfach erscheinen, sieht einfach so cool aus. Ich mag das. Das ist ein spannender Kampf. Er hat den... Ja! Oh! Ja, jetzt wird's lustig, glaube ich. Es zeigt mich komplett hoch zu boosten. Oh, ja. Das sieht nach sehr viel Spaß aus. Man, den Jutsus... ...schlebt noch, alles gut. Mit einem HP. Oder um genau zu sein, tausende von HP. Na, fast tausende. Als ich mal tot bin... ...doorts noch ein bisschen. Ich hab's geschafft mit unendlichem... Oh, Ultra-Lags. Geil. Hier vor allem. Richtig nice. Ich weiß nicht, warum das manchmal Ultra-Lags hat. An manchen Stellen des Spiels. Das find ich auch sehr komisch. Nee. Ich will doch erst mal lieber das hier öffnen. Das Spiel hat echt sehr seltsame Stellen manchmal, weil... Das, was hier ist... ...dass es nur auf den gewissen Maps ist. ...dass es an gewissen Stellen immer lag. Das ist sehr lustig. Ich weiß jetzt nicht, wer... ...genau die Maps entwickelt hat, aber... ...ich mach mir, um erstes ein bisschen Sorgen. Ich glaube, der will gleich kämpfen, oder? Ach, nö. Der bleibt da einfach hängen. Nö. Ah, what the fuck? Wenn die Gegner weniger... ...ja. Wenn das so ist, dann... ...easy game. Oh. Das war nicht der Kopf. Aber anschein... Okay, cool. Oh, woher kommst du auf einmal? Naja. Tschüss. Hab nicht umsonst die Magierklasse gewählt. Ja. Wenn man es auswählt, dann richtig, ne? Dann macht man es schon richtig, die Magierklasse. So. Ja. Der ist nur aufgesprungen. Er ist zum Glück nicht in den Boden verglitscht... ...wie der eine lustige englische Mann. Und damit mach ich eigentlich, äh... ...in Tower of London, der eine Gegner, den ich mal gekillt hab... ...und der aus irgendeinem Grund im Boden geglitscht war... ...und seine... ...Rectal sehr... ...sehr lebensfroh war. Das auch. Ich meine, ja, ja... Also, 666, coole Zahl. Ach, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ach, ich lebe noch mehr als das. Hm, vergiftet. How about fuck you, no? Oh, Moment. Ich hab ne Idee. Kann ich mich einfach... Ja. So geht's auch. Ja, das war ja schön. Ich finde es immer sehr schön, sie fallen einfach um, wenn die Mission vorbei ist. Sie fallen einfach um. Und die Wahl zwischen weißer Vitalität und Ballern. Ich glaube, das ist so gesehen alles relativ selbsterklärend. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ähm, das ist eine durchaus gute Frage. Zum Beispiel Waffe wechseln. Ich habe Tatsache all meine Munition verballert. Und das musst du auch erst mal schaffen. Tja, dann weiß ich schon mal, welche Munition ich als nächstes komplett verschießen werde. Handrohr. Ich weiß nicht mal, wie viel Stück ich gekauft habe. Nur DLC ist es so, dass man noch mehr... Oh, noch mehr ist das Boost. Nur Item Slots und nur MP. Also noch mehr Magie. Also noch mehr Magie. Sehr schön. So, wir sehen, was mich erwartet. Och nö. Falsche Waffe, falsche Waffe. Also noch mehr Magie. Also ich bin... Okay. Dann bis später. Bis gleich. Whatever. Ja. Irgendwie man es nennen will. Und dann fahren wir auch bald. Ah, okay. Okay. Oh, wie ist das? Ja. Machier Brain. Das ist richtig. Das war's für heute. 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 Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. What are you doing today? Actually, very well. I'm... I have a good sleep and I'm actually pretty awake, so... I would say pretty good, yeah. How was your day today? Okay. I have a good day. Oh boy. Ah... I have a good day. I have a good day. Ah, that's not schlimm. I have a good day. Hmm... Come on. Und das Namoto no Yoshitsune Und bin ich Seitdem ich Verwirrungen Ja seitdem ich Verwirrungen Wirklich richtig gecheckt habe Und verwendet Das Spiel ist hundertmal einfach Oh boy Ok And now we wait Na ok Da war ein Skelett Da hinten irgendwo Da ist ein In der Mage Komm mal her Oh fuck Perfekt Ich hatte da Leicht Angst Skelett 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 Ah fuck Touch Touch Oh Da war ein Einäugiger Oni glaube ich Richtig Rechts ist Namahage Und dann recht gefährlicher Sogar Mit Element Und so ein Scheiß But that's no problem Oh Moment Mir fällt da was ein Ich könnte unbegrenzt Das in den Schützen Auch rein machen Das ist eigentlich Keine so schlechte Idee Habe ich Einen Feuerdrachen Sehr oft Darum kommt Ein Ninja Yokai Oh Boi Mojina 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 Okay Nicht Oh Fuck Wait a song Mein Playlist Ist wieder Weird Ganz weird Oh Boi Oh Great Sehr schön Boi What the fuck Boi 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 Das war's für heute. Bye. Äh, music stopped, moment. Bitte nicht. And another song. And another song. And another song. Okay. Oh. Oh PS4. Wann sieht es mir aus? Abends. Abends? Ja. Na ja. Können wir das ausprobieren? Hm. Oh mein Gott. Ja. Fire. Bye. com. Mm. . . Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube, dahin war noch ein Schrein. Ja, hier nehm ich. Ja. Den brauch ich. Nehm ich sehr stark. Weil ich hab wieder sehr viel verschwendet. Ja, das war's für heute. Oh mein Gott, stop burning me. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf und los geht's. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Nun, I accept that. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Dann hab ich kein Problem mit, aber für euch ist es nur umso nerviger. Ja, das war's für heute. Und die haben's für heute. Ja, das war's 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 für heute. Ich betrachte diese Frau als mein größten Erzfeind. So als eine kleine Nebenimpfung. Ja, das war's für heute. Ah, ein Grab, den ich nicht sehen konnte. Schön. Oh ja, Automod. Warum? Ich hab das ausgestellt mit dem Auto. Ich werd's mir gleich anschauen. Warum ist Automod an? Wieso? Ich hab das... So. Ganz komisch. Ja. Ja. Englisch halt, ne? Ich hab's diese Frau. Genau. Ich glaub, ich werd mir gleich einen Odachi holen. Ich glaub, mit einem Odachi bin ich way better on that situation. Oh, ups. Soll ich jetzt nicht machen. Ja. 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 Da wirst du dich nicht mehr so toll fühlen. Oh ja Ist richtig Ich bin schön, dass sie nie außer Atem ist Oh cool One Hit Oh, schaut mal Instant Block Aufbreak Ah, geil Dieser Pass macht Spaß Und dann wollen wir Leute erzählen Dass Date Masamune Wirklich Nerviger ist Der Typ ist ein Witz Gegen diesen Drecksboss Oh cool, ich bin tot Kassi ist ein Boss Bei Masamune ist es fair, dass der Obwohl der eine belebte Waffe hat Ein Rage Mode Der kommt außer Atem wenigstens Die, die greift dich permanent 24-7 an, als hätte die Ein Infinite Mit der Aussage Cheat an Er nimmt den Aussage Cheat an Den Das war's für heute. Ah! Oh, cool. Der erste Tod. Wenn wir von der Schriftrolle ausgehen. Und gleich kommt der zweite. Fuck you. So. Doch kein Odachi. Ich musste es nicht holen. Darüber können wir glücklich sein. Ich hasse diesen Boss. Und es gibt sehr viele Leute, die diesen Boss auch hassen. Und das nicht nur wenig. Der Witz ist... Der größte Witz übrigens. Es ist der einzige Boss, der... Resistent gegen alles ist. Das ist kein Witz. Dieser Boss ist resistent gegen alles. Da steht schon. Moment. Schwäche? Keine. Widerstände? Feuer. Wasser. Wind. Blitz. Erde. Gift. Lähmung. Die wollen den Boss wirklich unbeliebt machen. Was soll ich sagen? Sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. Äh. Okay. Trich mag mich heute. Okay. Ganz komisch. Muss ich verstehen, was da gerade bei dir passiert, oder? So, und jetzt spielen wir die Mission, die hundertmal mehr Spaß macht, weil der Boss nicht ein Arschloch ist. Naja, sag ich mir so. Jedenfalls fair ist. Ob es ein Arschloch ist, ist ein Selbstüberlassen. Okay. Ich habe immer noch keine Amulisse nachgestellt. Oh, hi. Ich will, Punkt, das. Ja, anscheinend ist das wohl jetzt ein Befehl bei Twitch. Ich habe zwar keine Ahnung, was Twitch damit meint, aber hey. Anscheinend ist das ein Befehl. Oh. Bye. Bye. Oh, fuck. Und ich kann nicht eigentlich ignorieren. Oh, shit. Okay, jetzt, glaube ich, geht's los. Na, Marge? Der bewegt sich nicht. Off. Hallo, Hübscher. Okay. Moment. Na, ist ja schön. Ja, ist ja schön. Twitch ist eine sehr schöne Plattform. Oh, hi. Oh, fuck. Äh. Können wir das kurz anders regeln, bitte? So, dass es fair bleibt zum Eins-gegen-Eins. Okay. Okay. Ich hoffe, ihr ignoriert mich mal kurz. und erst mal kurz ist. Wir haben hier zwei無 OK. Hübscher. Für Sicherheit ändere ich doch den Sperr ab. Zu Kralle. Ich hab das lieber. Es wird gleich was runterrollen übrigens. Ich hab das lieber. Ich hab das lieber. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh boy. Oh boy. Ja, wir sind eigentlich schon fast durch. Sogar. So. Sogar. 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 Okay. Wollte schon sagen, als ob dir das jetzt nicht aufgefallen ist. Wenn das dem jetzt nicht aufgefallen wäre, dann würde ich sehr stark seine Sehfähigkeit hinterfragen. Okay. 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 Äh Ja 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 Das war's für heute. Kann gefährlich sein, muss ich sagen. Aber das lief doch eigentlich relativ okay. Das war's für heute. Okay. Aber das sollte alles so gut sein. Okay. 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 So much for that. Das war's. Das war's. Oh mein... Das war ein Chaos. Das war's. Das war's. Das war's. Das... Sieht aber sehr cool aus, muss ich sagen. Ich mag das. Das ist wie an der Maage. Das war's. Ich weiß ja jetzt nicht, was mich genau gesehen hat. Das war's. 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 Und dann... So. So. Das war's. 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 Okay, soll ich ein bisschen geduldiger spielen und mit Medizin spielen? Heiß, ich soll mich mal healen. Okay, get checked. Okay. 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 Okay, go ahead. Okay, go ahead. Das war's für heute. 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 Oh nein. 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 das ist die fake version von dubai ne keine ahnung please die oh fuck oh ja also hier muss ich sogar hoch aber ich kann ja stechen also ich weiß ich weiß wo ich bin ich muss sich besiegen okay dann mache ich das da oben schießt irgendwer ich will hier nur ganz schnell durch danke schön dann rennen wir einfach hier durch dahin ist ein kapper übrigens der kommt das hier ab ne oh ich glaube ich hätte verkaufen gehen sollen oder wird ein bisschen knapp oh moment das machen wir uns einfach ah ja das hat sich für angefühlt kann ich einfach ein schreien bitte finden dankeschön dankeschön aber ihr hättet mir nicht ein gegner davor stellen sollen ich glaube ich sollte ein paar gegenstände nochmal opfern also das was ich kaum mache in diesem spiel ich kann mir denken was das ist das ist das 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 ich kann mir denken was jetzt hier erscheinen wird Ja, viel Spaß erscheint hier, nämlich richtig Äh, achso, okay Ja, dann danke fürs dabei gewesen sein und Guten Appetit und jeden schönen Abend noch Das selbe mache ich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so lange heute Weil ich habe ja jetzt einige Zeit gemacht, Hilfe Ich bin tot, great Aber ich will den Weg nicht laufen Oh ja Ich bin tot, great Ich hasse diese Stelle Okay, dann, äh, wie wäre es mit Mit einer Beschwererkerze Weil ich keine Lust habe, da die ganze Zeit hin und her zu rennen Und dann, äh, wie wäre es mit einer Beschwerterung? Hmmmm So Ah, ja, ich weiß, was das hier war So So Das war's für heute. Ja, perfekt. Ah, da unten ist noch was. Der liegt irgendwas. Ein Handrohr. Ne, Tomfass. Gut, dass die Musik kurz aufgehört hat, weil ich wollte sowieso kurz was nachgucken. Und was fragen. Weil, ich glaube, wir machen höchstens noch heute eine Mission und dann... war es das, glaube ich, auch erst mal. Ich habe jetzt so ungefähr um die 8, 10 Stunden irgendwie gestreamt. Keine Ahnung. Aber ja. Ähm... Ich habe so viel Zeug, ne? Und ich muss halt immer mehr und mehr verkaufen. Und das ist nicht gesund. Okay, das war die Dohoku-Region. Hier, der Drache kehrt zurück, wäre das, was wir noch heute machen würden. Aber bevor wir das machen... Aber bevor wir das machen... Äh... So. Äh, mache ich kurz Pause-Screen und dann werde ich am Ende sagen, äh, wie das steht gerade. Und deswegen, äh, bis gleich in ein paar Minuten. Äh, bis gleich in ein paar Minuten, äh, bis gleich in ein paar Minuten. Äh, bis gleich in ein paar Minuten, äh, bis gleich in ein paar Minuten. Äh, bis gleich in ein paar Minuten. Ja. Au. Musik 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 So anscheinend ist wohl niemand da Wenn auch immer das passiert ist Gut, mal sehen Weil für der Drache kehrt wieder zurück Werden wir ein bisschen brauchen Deswegen Macht ja nichts Und Wenn dann bitte Ein anderer Track Kommt nur drauf an, welcher Track, ne Ah ja, das nehme ich So Der Drache kehrt zurück Genau Und jetzt Schnau Ich höre es Ja, das ist Ja, das ist Schnau 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 Das ist Was ist das? 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 Das ist unfair, warum darf er das? Was ist 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 das? Hä? Was ist das? 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 Ich muss das? Was ist 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 das? Was? Was ist das? 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 Das war's für mich. Wie viele Leben haben die? Ich weiß, dass ich zwei Kanonenkugeln habe. Das heißt, das machen wir als erstes kaputt. Ich muss nur gucken, wie ich da hochkomme. Das ist auch noch so eine Sache. Ich kann nur eine... Okay, ich sollte das lieber lassen, kurz. Oh, im Moment. Ich habe doch... ...irgendwo... ...irgendwo... Wir sehen, ob das mir was bringt. Ja, ein bisschen bringt es mir was. Ist zwar jetzt nicht unbedingt das Überzeugendste aller Zeiten. Aber hey, es ist ein Anfang. Damit überlebe ich schon mal ein bisschen mehr. Oh, wow. Also... ... ... Das war's für heute. Oh, great. Oh, great. Oh, fuck off. Wiese ich Handrohr-Schützen hasse. Oh mein Gott. Lass mich bitte in Ruhe. Alter, Farb brennt. Jetzt wird's wieder lustig. Genau das meine ich. Das wird wieder lustig. Oh mein. Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Oh mein Gott. Das ist ja eigentlich so gesehen, das Einzige, was wir zerstören müssen. Jetzt haben wir unsere Ruhe. Und ich muss nur da durchgehen. Das ist auch so die Sache. Da bin ich auch fast mit dem kackt durch. Jetzt sind wir im entspannteren Teil der Map. Wir haben den Teil der Map wo die auch langsam aufhört wieder. Wir haben den Teil der Map. 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 Oh fuck, oh fuck. Das sieht sehr schlecht aus, muss ich sagen. Ich mag das nicht. Jetzt geht's wieder gut. Einfach durchrennen. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Oh mein Gott. Feuer. Key damage. Gut. Gut. Dankeschön. Ich weiß, dass ich recht beeindruckend bin. Das sagt man mir sehr oft. Ich weiß nicht. Die Karte in dem Spiel so oft. Oh, nein, 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 so nicht. Tschüss. Sarutobis Schießstöcke. Rett. Das muss ich mal nachprüfen. Sarutobis Schießstöcke, das ist ein Tompas übrigens. Also höchstwahrscheinlich ist seine Waffe. Oh, davon habe ich immer noch nicht genug. Sarutobis Schießstöcke. Sarutobis Schießstöcke. So toll. Und jetzt. Wenn ich jetzt ausrüste. Ja, der Judo Monchi bleibt geschwärt. Äh, ja, das ist die Frage, ja, sei. Um eine spezielle Technik. Die Frage ist nur, was hat für eine spezielle Technik. Das war jetzt so die Frage, ne? Also, das ist die Frage, ne? Ich glaube, das war jetzt. Ich glaube, dass der es droppt. Ah ja. Well, he did it first. Before anyone killed, he said it first. To her. Nee, Trämpfer sind... Ich glaube, ich brauche dafür Tatsache... Moment. So, jetzt muss ich mal kurz im Wiki nachschauen. Nio. Nio, Nio, Nio? Tonfa... Weapons... Tonfa, Tonfa, Tonfa... Tonfas... Saruto... Sarutobis Gunsticks... The Tonfa's Gun skill is used by equipping the Devastation or Crimson Lotus combo enders and can be performed for any stance. It's gonna... Buy us an additional TAP after activating... It's roughly... ... I think it's gonna be a few... Here... Interesting. Devastation... Verwüstung, ne? Ja, Verwüstung. Dann... Devastation... Crimson Lotus. Now I want to see... Ich hoffe, das sind keine Holzwaffen. Falls auch, dann muss ich kurz zur ersten Mission gehen. Shit. Ähm... Then we do the first mission. Weil, ich will das sehen. Äh... Da, Way of Voice. Und dann der Mann mit dem Schutzgeist. So, Tobi... Ich habe ja genügend Zweige dabei. So, that's not a problem. Deswegen... sollte eigentlich alles so sein. So, Crimson Lotus. Und Devastation habe ich beides drin. Jetzt will ich das mal sehen. Und Loading Times. That's just great. Ja. Oh... Ja, hallo. Willkommen zurück. Ich habe Tomfass gefunden, die sehr cool sind. Die können das hier nämlich. Die sind basically Gun Tomfass. Das ist auch sehr interessant. Ich mag das Prinzip. Das kann cool sein. Ja. 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 Ich muss sagen, das ist ziemlich cool. Ich mag das. Ich bin jetzt hier nur reingegangen zu Testzwecken. Das ist cool. Das schönste ist, das gehört ja auch zum Set. Zu einem Set. Auch ein Tomferset, das gefällt mir. Das finde ich sehr schön. Habe ich doch mal ein Tomferset, falls ich es mal ausprobieren will. Was hat das eigentlich für Bonis? Schadensreduktion, Sprinterhöhte Ausdauer, Nahkampfschaden. Parieren für... Ah, okay. Weiß nicht. Vielleicht eines Tages mal. Aber zurück zu Way of the Demon. Sehr coole Waffen. So, aber wo ist man schwer? Da. Irgendwas soll ich jetzt nachgucken noch. Neu Schmieden. Äh... Waffen. Ne, ich glaube, das ist eigentlich so okay, oder? Ja, doch, doch. Rüstung. Ne, das kann alles eigentlich so bleiben. Hab ich... Ne, Riecheldesigns hab ich da nicht. Ne, Riecheldesigns hab ich da nicht. Hat der Sperr? Hat der Sperr? Ne, Riecheldesigns, hab ich... immer noch nicht ein solchen dass wir kommen dann obwohl es auch bis schießtöcker wir schon behalten diesen immer noch cool ich kann die level 13 da komplett raus machen heißt weg mit euch mittlerweile bekomme ich so hochgelevelte zeug das ist nicht mehr normal hier level 19 212 das ist schön da will der auch wieder zehn millionen es reicht mir schon wenn ich hier schon das ist ich wie viel geld ich drauflegen muss ja helfen wir wollen Ich hab mich schon gewundert. Was meinen die mit Gunntompfer? Weil ich dachte, das wäre... Weil da stand er nur mit gewissen Fähigkeiten oder so. Oh, schön. Und ich hab mich halt gewundert. Was ist am... Nein. Nein. Nein, nicht nochmal. Oh ja, natürlich. Nio off. Mein vierten Bildschirm. Ist richtig. Darauf hat die Welt gewartet. Auf meinem vierten Bildschirm. Oh my... No. 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 No, no, no. 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 Vielen Dank. Wurzoll ist die Waffe hingeflogen? Oh. Äh, nö. Moment. Fuck you. Goodbye. Och nö. Ööö. Öö. Ne Nein! Just through. Einfach durch. Oh, ah, I see now. Oh, ah, I see now. Oh, ah, I see now. No, never mind. Oh. But that fucker. Oh, no. Oh, ah, I see now. Oh, ah, I see now. Oh, mein linkes Auge. Oh, ah, I see now. Oh, ah, I see now. Oh, Moment. Ich glaube, jetzt ist besser. Oh, ah, I see now. Oh, ah, I see now. Oh, ah, I see now. Oh, ah, I see. Oh, ah, I see now. Ja, das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020